Ah, Miss Croft, ich nehme an, Sie wollen sich verpflichten? Wozu? Zur Arbeit für die Firma. Sie wären die perfekte Verkörperung meiner Produkte. Überlegen Sie nur. Sie bräuchten diese unansehnlichen Waffen gar nicht mehr. Das nicht, aber Ihren früheren Versuchsopfern nach zu urteilen, bekäme ich dafür ein unansehnliches Gesicht. Meinen was? Oh ja, Sie leben doch alle, sind sogar ausgesprochen munter. Ich will nur das Artefakt. Sicher, im nächsten Leben. Das werden wir noch sehen. Ja, hey meine Nerds, willkommen zu einer neuen Folge von Tomb Raider 3. Ja, wie ihr seht, wir starten in einem ganz anderen Level. Wir sind jetzt bei der Innenstadt. Ich hatte ein Problem mit meinem Savegame und ja, wir müssen jetzt leider hier anfangen. Ähm, ich würde auch die Folge am Ende nur mal überspringen und Ludersgate die Folge auf jeden Fall nochmal komplett aufnehmen. Und ich würde sagen, äh, wir starten mal. Jetzt kommt der Kampf gegen Sophia. So, müssen wir gucken, wie das nochmal ging. Auf jeden Fall kann man sie nicht erschießen, das weiß ich. So, gehen wir hier hoch. Ups, das war falsch. Mist. Egal, immer mit der Ruhe. Das Problem ist, sie zieht unhaftig viel ab, ey. Warum klappt das nicht? Okay. So, ich nehme, glaube ich, erstmal Energie. Lassen wir die erstmal rumballern. So, jetzt. Mach das lieber auf einen normalen Weg. Ich hoffe, die erwischt mich jetzt nicht. Natürlich. Dummige Kacke. Passen auf die Energie. Nehmen wir ein kleines Medipack lieber. So, nochmal hoch. Nein. Ja, wo bin ich jetzt nochmal lang? Kacke. Trifft mich das Zeug trotzdem noch? Unglaublich. So, jetzt hör auf. Ja, ist gut. Oh, Glück gehabt. Komm. Das passt. Passt, 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 passt. Glück gehabt. So war das genau. Runter. So, rüberklettern. Sehr schön. Ich muss mich gerade mal überlegen. Ich glaube, drehen, ne? Ja. Ja, bei nur ein Secret, egal. Hat sich auf jeden Fall gewohnt. Hier ist nochmal ein Medipack. Das ist gut. Ne, das war falsch. Einmal hoch. Da können wir nichts machen. Wir müssen da wieder hoch. Warum ballert die eigentlich, wenn die mich nicht sieht, die Olle? Ja, jetzt sagt mir aber bitte nicht, dass ich den ganzen Weg nochmal laufen muss. Habe ich gar keinen Bock drauf. Na, scheinbar so, ne? Hätte ich mir eh sparen können. Verdammte Kacke. Egal. Ich weiß auf jeden Fall, dass man mit anlaufen. Das war wieder zu früh. Oh Gott. Ja, komm schnell, Dara. Oh Gott. Ist das? Ja, super. Oh Gott. Also, da gehen wir jetzt nicht nochmal lang, damit das klar ist, ne? Für das Secret mache ich das nicht nochmal. So, äh, in Stadt. Eben nochmal einen Schluck trinken. Ja, nochmal. Hoffen wir mal, dass jetzt besser kloppt. Die Olle ist echt anstrengend, ey. So, sobald ihr mich seht, lädt die auf, ne? Ja, schon schießt die los. Ja, ja, komm, baller du mal. Jetzt hat sie mich verarscht. Egal, komm. Jetzt ist es gar noch ein Sprech. Dara, du sollst nicht stehen bleiben. Oh Gott. Mal direkt einen Medipack nehmen. Geht die mir auf den Sack, die Olle, ey. So, wo lang jetzt? Medipack nehmen. Gehen wir davon aus, diesen Knopf müssen wir wohl drücken. Drück. Ja, super. Das war dumm. Nochmal laden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mann. So, versuch zwei Millionen. Glaube ich versuche jetzt mal öfters zu speichern, dass wir nicht immer von vorne anfangen müssen. So. 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 Das geht auf jeden Fall schneller. Frage ist für mich, was bringt mir das, wenn ich da drücke. So, Medipack, komm, schnell aufheben. Schnell den Knopf drücken. Boah, oh Gott, Alter. Nein. Ach, Lara. Hoch da. So, jetzt gehe ich aber nicht mehr. Oh, scheiße. Medipack aufsammeln. Können wir eigentlich hier mal kurz speichern, würde ich sagen, ne? So, wieder zurück. Ich habe gespeichert. Wo muss ich lang? Ne, ich weiß, auf Medipack. Erstmal. Medipack machen wir gleich. So, das muss hier letzter Schuss sein. Oh, die ballert ja doch mehr. Nicht. So, komm, hoch. Na, super. Kacke. So. Hoffentlich fahren wir jetzt nicht runter, wenn wir Medipack nehmen. Nicht gehabt. So. Runter. Mal gucken. Komm mal hier hoch. Na, wie lang jetzt? Ja, komm mal runter. Ja, hier liegt er am Bad, oder nicht? Dann meine ich das nur. Ne. Bleiben erst mal kurz hier stehen. Sicher ist sicher. Komm, 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 komm. Ja. Dann. Geht jetzt eigentlich noch unter Strom. Ja. Ja, okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich speichere hier vorsichtshalber nochmal. So, bin wieder da. Sehen die Platten jetzt alle unter Strom? Okay, okay, okay. Frage, wie komme ich da rum? Hier hoch einfach? Ah, okay. Können wir ja vorsichtig hier rüberspringen. Hoffentlich nicht, ob das... So. Dann müssten wir hier, glaube ich, den Strom wieder abstellen können. Okay, Strom aus. Scheint so. Ja, haben wir das Level endlich geschafft. Perfekt. Prüberschreiben. Ja. Und dann auf in die Antarktis. Hier ist M-Lux an Basis. Bitte kommen, Basis. Bitte kommen. Alles tot, Mann. Wir müssen landen. Das wird so wild. Gut festhalten da hinten. Das war knapp. Untertitelung des ZDN differences auf dem Ah, sind wir in der Arktis. Ja, jetzt muss ich erstmal gucken, wie es weitergeht. Direkt schwimmen gehen oder sterben, wenn wir in das kalte Wasser gehen? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, probieren geht, aber das Studieren war das, ne? Ja, eiskaltes Wasser, Lara, nicht gut. Ja, müssen wir hier nur noch eine Plattform finden, wo wir hoch können, ne? Ah, da. Mal schön Waffengewalt vorbereiten. Sofälligerweise haben wir natürlich nicht den Schlüssel. Okay. Ja, wo könnte der Schlüssel nur sein? So, gucken wir uns erstmal hier oben. Da kann man dann hier... Okay. So, kommen wir zum Schiff. Ja, wir müssen mal wohl etwas aufs Schiff, wa? Okay. Aber so schon mal gar nicht. Okay. Warte, dumm. Schnell zurück, bevor wir hier sterben. Ach, jetzt nicht. So. So. Gucken wir uns mal erstmal um. Da ist ne Fahne. Vielleicht hat das etwas zu bedeuten. Also sagt man bestimmt, ich auch doch. Kann ich das nicht kaputt machen? Ah, mein Gott. Nee. Gott, wenn die Steuerung wieder nicht will, wie ich. Mal festhalten. Und oben haben wir eine bessere Sicht nochmal. Ah, das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. So, hier ist nichts großartiges. Das ist ja. Das ist ja. Ok, ich hab jetzt auch nicht viel gebracht, krieg mir auch nicht viel, das war wieder dumm. Nicht wieder länger schwimmen, als ich eigentlich will. Ja, ich weiß Bescheid, spielt, dass das kalt ist. So, muss man mal nach dem anderen Weg gucken, ne? Haben wir überhaupt so weit? Ja, hier können wir auch nicht lang. Gucken wir mal, ob wir uns hier hochziehen können. Ja, sehr gut. Ok. Mhm. Und dann zur nächsten Schau drüber. Ok, machen wir das mal. Oh. Dann haben wir hier eine. Kommt weg wieder hoch, Lara. So, was haben wir hier oben? Hab ich doch was gesehen, ne? Perfekt. Dann holen wir mal da hoch. Das ist der einzige Weg, der mir auf die Schnelle einfällt. So. Hopp. Na, guck mal, so kommen wir doch aufs Schiff. Und runter. Oh, das war knapp. So, gucken wir uns mal hier um. Mal bis jetzt. Nix. Ok. Das ist gut. Einmal kurz speichern. So, sind wir wieder zurück. Mal gucken. Ich war mal kaputt. Gut. Ja, genau. Schieß nochmal drauf. Ja, genau. Schieß nochmal drauf. Einmal kleines Medipack, würde ich sagen, ne? Da hab ich nur gedreht. Sehr calm. Schlimm von der anderen Seite. Egal. Gucken wir uns erstmal hier um. Ist hier irgendwas? Sonst scheint man nicht so zu sein. Dass man hier irgendwas machen kann. Hm. Hm. Sieht nicht so aus, oder? Unge. Ok. Dann müssen wir wohl durch die Tür. Und ich werd mal sagen, bevor wir durch diese Tür gehen, machen wir für heute hier erstmal Schluss. Ja, meine Nerds. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir sehen uns dann den nächsten Mal in der nächsten Folge bei Tomb Raider. Ciao. Herr Holl. Herr Holl. Ciao. Ciao. Ciao.